Wie funktioniert die Spezialfähigkeit von Australien? Hallo, hier ist Major Play. Heute schauen wir uns Australien an. Wie funktioniert die Spezialfähigkeit von Australien? Das ist Australien, das Artilleriefeuer. Die Feuerkraft der Artillerie versetzt einen schmerzlichen Erstschlag. Du würfelst vor Beginn deines Angriffs einen weißen Würfel. Bei einem Treffer muss der Verteidiger eine Einheit empfehlen. Diese Spezialfähigkeit darfst du vor jedem Kampf machen. Beispiel, Australien greift hier von Northwest Russia, Northern Europe an und zieht hier seine Einheiten rüber. Der grüne Spieler kann hier noch Verteidigungseinheiten reinsetzen und dann kommt es zum Kampf. Jetzt darf Australien einen weißen Würfel würfeln, bevor der eigentliche Kampf stattfindet. Für jeden Treffer, der hier erzielt wird, muss eine Einheit beim Gegner praktisch aus dem Land genommen werden. So, und jetzt wird ganz normal weitergekämpft. Das heißt, Australien würde hier starten mit einem weißen Grauen für den Panzer und der Verteidiger mit zwei weißen Würfeln verteidigen. Gleiches gilt natürlich auch beim nächsten Kampf. Zum Beispiel hier, er würde hier noch aus Western Australier Indonesien angreifen. Der Verteidiger darf hier wieder Verteidigungseinheiten reinsetzen. Und jetzt kann der Australier wieder einen Würfel vorher werfen. In dem Fall hat er keinen Treffer, das heißt, der Grüne muss nichts entfernen und der eigentliche Kampf geht erst jetzt los. Das ist die Spezialfähigkeit von Australien.